Grüezi miteinander, auf profibuch.ch haben Sie ja die Flachbindung. Die Albenen mit Flachbindung gibt es ebenfalls mit schönen Vorlagen und da haben Sie relativ schnell einfach ein schönes Buch gestaltet. Alles ist frei wählbar, der E-Band, hier habe ich jetzt ein Textil mit Swarovski-Stein. Bei der Flachbindung ist auch speziell, Sie können noch einzelne Seiten mit metallischen Optionen wählen. Jetzt das hier glänzt natürlich ganz anders, als der eine, die hier nur matt erscheint. Aber auch hier schön, die Doppelseiten liegen flach auf. Ich konnte den E-Banddeckel noch ein schönes Foto nehmen und auch hier sieht es richtig gut gemacht aus und der E-Band ist weich mit so Pads. Jetzt bei diesen Flachbindungen gibt es ja auch das Album Box und Album Set. Beim Album Set ist ja noch ein USB-Stick dabei, da können Sie auch frei wählen, die Grösse, die Farbe und vielleicht noch ein Bild und so haben Sie ein schönes Etui für einen USB-Stick. Bei den Album Box ist es so, das können Sie auch frei wählen. Ich habe da mit einem Foto, einem Acryl-Cover, eine Box gemacht, wo Sie da mit dem Bandeli nachher Ihr Album schön rausnehmen können. Bei diesem Album habe ich gleichzeitig noch die Ecke abgerundet und Sie sehen auch hier, die Seiten liegen schön flach auf jeder Doppelseite. Haben Sie noch Fragen, rufen Sie mir an, schreiben Sie mir eine E-Mail. Auch über Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook gebe ich Ihnen gerne Auskunft. Das wäre es auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Das wäre es auch schon gewesen. Vielen Dank.